Wir wollen heute eine Aufgabe zur Körperberechnung lösen und nutzen dabei auch dieses 3D-Tool hier. Auch ihr könnt es für eigene Aufgaben verwenden. Ihr findet dieses Tool auf tinkercad.com und es funktioniert direkt im Browser. Ihr könnt damit beliebige Figuren zeichnen, drehen, in der Höhe verändern, skalieren etc. Auch könnt ihr sie kombinieren und Form eurer Wahl erstellen. Ihr habt auch eine große Auswahl hier, von Halbkugeln über Torus. Ihr könnt diese auch nun eine Richtung skalieren, Paraboloid und Hohlzylinder etc. Nehmen wir uns eine Aufgabe zur Körperberechnung. Hier auf gutemathefragen.de hatten wir die Körperberechnung eines Quaders und dort wurde eine Bohrung durchgeführt. Machen wir das mal ein bisschen größer, wir suchen mal ran. Und wir haben hier die Angaben des Quaders, also Breite, hier die Höhe und hier die Länge. Und wir haben den Durchmesser einer zylinderförmigen Bohrung. Und hier sehen wir an der Rechnung des Schülers, es sind Millimeter. Diesen Körper können wir jetzt in 3D erstellen. Erinnern wir uns an die Maße, 280,40. Und die erstellen wir jetzt hier mit dieser Box. Und jetzt ziehen wir die auf 200 Länge. Am Quader unten seht ihr die Längenangabe. Dieses Bodengitter ist übrigens genau 200 lang. Wir können das Grid auch ein bisschen vergrößern, bei Edit Grid machen wir mal 300 raus. Und jetzt haben wir gesagt Höhe 40 und die Länge 80. Also hier den auf 80 gezogen. So, das ist unser Quader. Und jetzt brauchen wir noch das Loch in der Mitte mit dem Durchmesser 2,5. Das heißt wir nehmen uns jetzt einen Zylinder, setzen ihn auf die gleiche Höhe, 40. Und jetzt 2,5 Millimeter. Obwohl, jetzt habe ich hier 25 Millimeter eingestellt. Auch in diese Richtung. Aber hier steht ja 2,5. Das müsste ja dann eine sehr sehr kleine Bohrung sein. Aber hier steht 25 Millimeter. Aha, die haben hier also einen Schreibfehler. Das Komma ist zu viel. Denn hier ist der Durchmesser mit 25 Millimeter angegeben. Also schon an der Zeichnung haben wir gerade gesehen, dass hier ein Fehler existiert. So, diesen schieben wir jetzt mal hier rein. Das ist jetzt die Bohrung. Und wir machen ein Loch daraus. Und um das Loch aus dem Quader herauszuschneiden, müssen wir das noch hier gruppieren. Und jetzt, wenn wir reingucken, haben wir hier das Loch. Ihr seht also durch die 3D-Zeichnung haben wir eine bessere Vorstellung. Und wir haben gerade festgestellt, dass die 2,5 Millimeter 25 Millimeter sein müssen. Machen wir die Berechnung. Wir nehmen uns die Volumenformel für den Quader. Schreiben wir mal V tiefgestellt Q für Quader. Und die lautet Breite mal Länge Höhe. Und jetzt schauen wir, wir haben ja gegeben 200 mal 80 mal 40. Also, schreiben wir jetzt mal die Einheiten nicht mehr. 200 mal 80 mal 40. Und wir wissen, dass Millimeter 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 Millimeter, also Millimeter hoch 3. Ja, und das können wir sogar im Kopf machen. 2 mal 8 sind 16. Und 4 mal 16 sind 64. Dann haben wir hier eine 0 und hier eine 0. Und wir sehen, das sind 640.000 Kubik Millimeter. Und jetzt brauchen wir noch das Volumen des Zylinders. Und da schaut man in die Formelsammlung oder man weiß es. Das ist Pi. Machen wir mal ein Sonderzeichen. Für Pi einfügen Sonderzeichen. Und nicht Pfeile, sondern Mathematik. Und Pi ist ein griechischer Buchstabe, den müssten wir weiter unten finden. Ich kann noch hier mal Pi eingeben. Ja, hier ist der. Okay. Also Pi mal dann r². Und was fehlt noch? Mal die Höhe des Zylinders. So und das können wir jetzt einsetzen. Wir haben den Durchmesser gegeben. Schreiben wir es mal kurz hier hin. Setzen hier einen Tabstop. Springen da hin. Durchmesser ist 25 Millimeter. Und wir wissen, die Hälfte des Durchmessers ist der Radius. Also r gleich d durch 2. Also d halbe. Also 25 durch 2. Und das sind 12,5 Millimeter. Setzen wir die hier ein für r. Die 12,5. Und die Höhe, das sind die 40. Ja, also wie beim Quader die Höhe. Und hier wird auch Millimeter hoch 3 herauskommen. Und das können wir jetzt in den Taschenrechner eingeben. Dazu gehen wir online auf numerix.info. Das ist ein ganz praktisches Tool. Und jetzt können wir hier Pi mal. Jetzt haben wir 12,5 ins Quadrat. 12,5 ins Quadrat. Und jetzt noch mal 40 Millimeter. Mal 40. Jetzt sagt er, er hat ein Problem. Ach ja. Hier muss man aufpassen, dass man statt Komma einen Punkt setzt. So wie im Englischen und in der Schweiz. Gut. Das ist unser Ergebnis. Natürlich ungerundet. Das heißt, paste mir das mal hier rein. Und wir runden hier nach drei Nachkommastellen und setzen hier noch das Rundungszeichen. Das finden wir, wenn wir hier Equal eingeben. Gleich. Almost Equal heißt das. Okay. Und Vorsicht hinten noch Millimeter hoch drei ran. Und das ist jetzt das Volumen unseres Zylinders. Und wir sollen ja das Gesamtvolumen bestimmen. Also der Quader ohne diesen Zylinder. Das heißt, wir ziehen beide voneinander ab. Das Gesamtvolumen ergibt sich also aus dem Volumen des Quaders minus oder abzüglich dem Volumen des Zylinders. Nächste Zeile. Volumen des Quaders steht hier. Volumen des Zylinders steht hier. Und die beiden müssen wir jetzt berechnen. 640.000, den Punkt hier wegnehmen, minus die 19.634. Und wir haben als Ergebnis 620.365,046 Millimeter hoch drei. Fertig. Und schon haben wir die Aufgabe gelöst. Und wie wir sehen, war der Schüler schon auf einem guten Weg. Hat er auch schon 640.000 minus 19.634 ausgerechnet. Ihr habt übrigens auch die Möglichkeit auf EchtEinfachTV in der Formelsammlung 3.0 Körper zu berechnen. Zum Beispiel diesen Quader hier. Hier könnt ihr schnell kontrollieren, ob ihr alles richtig gemacht habt. Wir hatten 280.000 und 40.000. Wenn wir jetzt hier mal rauszoomen, natürlich in einer anderen Größe haben wir auch diesen Quader hier. Und gleich sehen wir die Lösungen. Also hier 640.000. Oberfläche sehen wir, Mantelfläche etc. Und dann haben wir den Zylinder hier drüben. Und gehen wir da mal die 25 Millimeter ein. Und die 40 in der Höhe. Dann müssen wir hier auch mal rauszoomen. Das ist unser Zylinder. Und wir sehen hier auch Volumenerhalt. Radius war ja 12,5 und nicht 25. Und wir sehen, das Volumen ist hier 19.634,954. Also genau das, was wir alles berechnet haben, mit den drei Tools dargestellt. Wunderbar. Damit ist die Aufgabe erledigt. Und ihr kennt ein neues Tool, mit dem ihr ein bisschen herumspielen könnt und nicht nur das, mit dem ihr auch eure Aufgaben visuell besser darstellen könnt. Viel Spaß dabei! Und noch der Hinweis, am Ende, wenn ihr das alles berechnet habt, bei einer eigenen Aufgabe, könnt ihr das ganz bequem speichern. Ihr geht auf Datei, Herunterladen als und dann zum Beispiel Word-Datei. Und diese könnt ihr dann eurem Lehrer schicken, beziehungsweise ausdrucken und mit zum Unterricht nehmen. Hier beim 3D-Design habt ihr auch die Möglichkeit, das zu speichern und das als 3D-Grafik zu exportieren, jedoch in 3D-Formaten. Daher müsstet ihr hier dann einen Screenshot machen, mit dem Snipping-Tool in Windows zum Beispiel. Ihr klickt hier auf Neu und markiert den Bereich, den ihr braucht. Jetzt könnt ihr das entweder speichern oder aber auch kopieren und in das Google Docs Dokument einfügen. Also hier an die Stelle scrollen und dann STRG-V drücken. Und schon haben wir das Bild in dem Dokument.